Mein sinds und herzlich willkommen zurück zu einem neuen LetOs Play von Brickball! Leute, es ist geschafft! Heute irgendwann ... ...und so wisst ihr ... Scheiße. ... Moment kurz. Ich hab mich auch wieder professionell in den Raum reingeschickt und vergesst meine Aktionszeichte auszurichten. Eigentlich wollte ich ja das hier zocken, aber ich glaube, wir zocken was anderes und zwar zocken wir Die, äh, wo ist sie? Volt, Orion, hier seht ihr ja die Werte. Aktionsheist muss ganz kurz noch ausgerichtet werden. So, also ich schweif zu sehr vom Thema ab, das kann nicht sein. Also, wir haben es geschafft. Heute, irgendwann und so, ich weiß nicht genau wie spät, müsste dann jemand anderen fragen, hab ich tatsächlich, beziehungsweise haben wir, die 200 Abos geknackt. Und da ich mit dem Brickforce-Video einfach die meisten erreiche, möchte ich erstmal an dieser Stelle noch ein Dankeschön an alle Abonnenten sagen. Unterstütz uns weiterhin und, ja, danke, danke, danke. Und wenn ich mich zu laden würde, könnte ich die nochmal wegrotzen. Das war eigentlich das mein Herzensanliegen und ich hab grad so schön gute Laune, die muss man sich doch einfach vermiesen. Guck mal, allein jetzt schon, ich kann das Spiel ja nicht mehr starten, einfach weil's so geil ist. Boah. Hat ja auch gar nicht lange gedauert, ne. Okay, go, 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 go. Moment, da kämpfen welche oben. Das sehe ich. Hatte nicht gerade noch einer gekämpft? Oh, fuck. Wer sieht, die goldene Ohren hat eine, äh, geile Rate, mit der man echt geil schießen kann. Und der war chancenlos Okay, das war hier mein Hier und so, wisst ihr mein Clanpartner So, übrigens hier an der Map Geile Campstelle Einfach mal hier hinstellen Die Gegner sind chancenlos Ja, also ich hab wie gesagt Extrem gute Laune 200 Abos 200 Abos Special Hat jetzt schon 100 Aufrufen Von denen ich ungefähr Also 20 muss man abziehen Muss man ehrlich sagen Weil 20 war Ähm, 20 hab ich mir Nein Fuck Okay, ich weiß Ich hab's falsch gestrieben Aber ist egal Ja, ähm Dafür müsst ihr ungefähr 20 Selbst abziehen Weil ich hab mehrmals Einfach so aufgerufen Au Boah, GG von hinten G, G, G Einfach nur mein Lieber Das ist richtig Skill, ey Aber gut, wir müssen wieder hoch Zu unserer begehrten Base Da oben Oh, jawohl Ich hab mich voll geil gegönnt Warte mal, war das der Lappen da unten? Ja, er war das So, mein Lieber Der stimmt jetzt auch Jawohl, hab ich mich gerecht Lol Das war jetzt scheiße Geh wieder rein, geh wieder rein Und Shisei hat auch noch den Raum durchgelegt Alter Alter, die macht ja immer echt hier irgendwie Toolhit Voll endlich Im Prinzip, man muss da Einfach nur den ganzen Gang dahinten Ich weiß, irgendwie wiederhole ich mich Und zwar total Ich soll damit aufhören Oh, jetzt fragt mich hier schon wieder einer nach Peace, ey Und Easy Win Oh, das kann ich nicht bieten Ich muss da noch eine Runde hinten ran Ich weiß nicht Ich weiß einfach gerade nichts, worüber ich reden kann Wobei doch Was habt ihr für eure Äh, Familie besorgt? Ihr wisst schon hier Weihnachtsmäßiges Weil Ich hab mir jetzt ein Gesamtgeschenk zusammen Das wären einmal Zwei Chipszüten im Aldi Für meinen Vater Der Gesamtwert knapp vier Euro Dann Für meine Aua Für meine Mom Ein D-Rollernwert von zwei Euro Für meine Sis Eine Haribo-Tüte oder irgendwie so Was das war Für auch knapp zwei Euro Und ansonsten Für meine Omen Auch irgendwie Schokolade So ist ja wohl Ein Killer Was? 69,2 Ach du Scheiße Ja, dann halt noch Für meine Omen Hab ich noch Äh Schokolade Muss ich sagen Äh, ich bin Dieses Jahr bin ich weggekommen Ach Gott, irgendwas war es noch Was ich sagen wollte Ich komm gerade nicht drauf Ich komm einfach gerade nicht drauf Wegen meinem Auswäschler Hab ich mich ja schon bedankt Das war doch irgendetwas anderes Irgendetwas wichtiges Was ich mir merken wollte Merken musste eigentlich Aber was ich komplett Verdrängt Beziehungsweise vergessen habe Aber gut Äh Aber weil das ist scheiße Mein Gedächtnis ist wie so ein Sieb Wo du reingeschissen hast So ein Sieb mit Verstopfung Weil einige Sachen merke ich mir Aber Andere Sachen eher weniger Ach doch Was ich jetzt nochmal fragen wollte Im Im LP Ähm Wäre Hat jemand Bock Auf das Spiel Normal Room in Hell Mit mir Und dem fetten Max Weil Wir suchen noch Mitspieler Zu zweit auf dem Privatserver Da ist es einfach Wohnt sich nicht Da kriegt man einfach nichts hin Und auf dem Random Server Haben wir beide keinen Bock Beziehungsweise hat er keinen Bock Und deswegen Äh Wer Bock hat Der sei herzlich eingeladen Meine Skype Adresse Wisst ihr ja Die hab ich jetzt schon so oft erwähnt Die erwähne ich jetzt garantiert nicht Noch einmal Und ansonsten Äh Ja Genau das war es Was ich auch sagen wollte Also wer mitspielen will Edit Hier und so Wiss er Oder aber schreibt einen Beitrag Auf der Webseite Und meinen Beitrag Den ich dann gemacht habe Hier Boah ist das ein Lappen Ich will den so vollkommen Und rushen ey Ist da was ey Jetzt roll ich jetzt gleich mal Passt mal auf Passt auf Och nö Der zeigt es jetzt echt nicht Doch Weil er ein Lappen ist Jawohl Oh oh Egal Und ist vorbei Okay Leute Ich weiß Die Runde war gerade nicht So geil Und so Aber Ja Wer kann ich euch gerade leider nicht bieten Das sind nur noch scheiß Räume Also wie schon gesagt Bis dann Leute Haut rein Tschüss